Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch meine Morgenroutine bis zur Schule und ich hoffe ihr würdet meinen Kanal abonnieren und liken. Ciao! Als allererstes habe ich mein Bett gemacht und da musste ich mein Zimmer aufräumen. So sah es aus. Da nehme ich meine Couch und die ist immer unordentlich. Und dann habe ich mir ein Outfit rausgesucht. Gut. Und dann bin ich auch schon zur Küche gegangen und habe mir eine Dragon Bowl gemacht. Das ist so eine kleine Bowl. Dazu noch so ein Kiwi Smoothie. Und dann bin ich auch schon ins Badezimmer gegangen. Ich war so unfassbar müde. Ich habe meine Zähne geputzt und ich habe Zahnpasta in so ein Ding reingetan. Ich habe ein Serum benutzt und ein Reinigungsöl, also ein Reinigungsgel. Und dann noch eine Feuchtigkeitscreme. Meine Haut ist so trocken. Und dann eine Foundation. Eine ganz normale für 24 Stunden. Concealer von Tarte. Ein Bronzer von Dior. Und Blush. Ich benutze immer so Cream Blush von Rare Beauty. Lady Green von Paris. So ein Verblendding. Und das ist meine Tasche. Die habe ich mir zur Schule genommen. Diese Schuhe habe ich eigentlich angezogen. Und dann bin ich auch schon rausgegangen. Und hier seht ihr meine Haustür. Und das waren die schönen Nägel meiner Freundin. Schaut doch einfach mal, wie schön die sind. Und dann habe ich mir in der Klasse noch etwas aufgemalt. Ciao! 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 Vielen Dank.